Mit Battle Chasers Night Warp präsentieren Joe Madureira und Ryan Stefanelli, die federführend an Darksiders und Darksiders 2 beteiligt waren, das erste Projekt ihres Studios, Airship Syndicate. Hinter der generischen Namensfassade verbirgt sich ein Taktik-Rollenspiel japanischer Bauart, das sich in drei Bestandteile unterteilt. Bewegung auf der Weltkarte, Erkundung der Schauplätze und rundenbasierte Kämpfe. Alles beginnt mit dem Absturz des Luftschiffes der Heldentruppe auf einer mysteriösen Insel, den sie nur mit Hilfe von Magie überleben. Dabei wird jedoch die Gruppe auseinandergerissen. Also steht zunächst die Suche nach den Vermissten auf der Tagesordnung und während das ursprüngliche Team wieder zusammenfindet, kommen die Helden den Machenschaften einer Totenbeschwörerin auf die Spur, die es aufzuhalten gilt. Die Helden bewegt man auf der stilisierten Weltkarte von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, spricht mit anderen Charakteren, managt die Gruppe, kauft in Läden ein und führt die Geschichte fort. Die Story wird in ansehnlichen, comichaften Zwischensequenzen erzählt, in deren Mittelpunkt die illustren Kämpfer stehen. Die bewusst diffus gehaltenen Figuren mit ihren eigenen Stärken und Schwächen sind auf dem Papier zwar ansprechend und liefern sich nette Geplänkel untereinander, bleiben jedoch insgesamt oberflächlich. Battle Chasers spielt man also eher nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der tollen Kämpfe. Erreichen die Helden einen relevanten Schauplatz auf der Weltkarte, kann dieser betreten und wie in einem Dungeon Crawler erkundet werden. Dort untersucht man die Umgebung, findet Schatzkisten und Materialien für das Crafting-System. Man löst kleine Puzzle- oder Mini-Story-Aufgaben mit Multiple-Choice-Optionen und nimmt sich vor Fallen bzw. Verteidigungsanlagen in Acht. Den Gegnern kann man übrigens mit etwas Glück oder den Spezialfähigkeiten der Gruppe aus dem Weg gehen. Kommt es auf der Weltkarte oder bei der Erkundung zu einem Kampf, wird dieser auf einem separaten Schlachtfeld in rundenbasierter Form ausgetragen. Die Reihenfolge der Attacken basiert auf einem Initiativesystem und zur Planung des Kampfablaufes kann man sich auf die Leiste auf der linken Seite verlassen. Im Regelfall werden die günstigen Standardangriffe, die Mana-Überladung generieren, sofort oder kurz danach ausgeführt, während wuchtigere Attacken, die Mana-Kosten, eine gewisse Vorbereitungszeit erfordern. So kann man durch die Auswahl der Fertigkeiten direkt sehen, ob ein Gegner zum Beispiel noch einmal zum Zug kommt oder nicht. Gerade bei Heilungen oder Zaubern, die negative Effekte entfernen, ist das Timing sehr wichtig. Sehr gelungen ist die Überladungsmechanik, die dafür sorgt, dass man sich das limitierte Mana nicht ausschließlich für die Bosskämpfe aufspart und sogar ohne Mana kämpfen kann. Diese Überladung kann als zusätzliche rote Mana-Leiste verstanden werden, die an die blaue Leiste angehängt wird und zuerst aufgebraucht und meist durch weniger starke Standardattacken aufgebaut wird. Dieses rote Mana geht nach jeder Begegnung wieder verloren. In den Kämpfen stellt man sich daher solche Fragen wie Soll ich Überladung für die nächste Runde mit einem schwächeren Angriff aufbauen? Wie verschiebt sich die Kampfreihenfolge durch welche Aktion? Welchen Gegner muss ich als erstes ausschalten? Spare ich Mana oder gebe ich es für einen starken Angriff aus? Zusätzlich gibt es die Burst-Ladung, die von der gesamten Gruppe aufgebaut und für besonders starke Fertigkeiten benötigt wird. Wie zum Beispiel eine Gruppenheilung inklusive Reinigung vom Roboter-Golem Calibretto, eine Granate mit nahezu allen Debuff-Möglichkeiten auf einmal von Redmonica oder ein harter Schwertangriff von Garrison mit Blutung. Erst mit längeren Kämpfen gegen stärkere Gegner zeigt das Kampfsystem seine wahren Vorzüge, denn trotz gut ausgerüsteter und hochgelevelter Truppe können die Gefechte schneller vorbei sein, als man denkt, da manche Gegner den Helden schon mal mit einem dicken Schwinger die Hälfte der Lebenspunkte abziehen können. Grundlegend erinnern die Kämpfe an Mystic Quest Legend, Tilt of Light und Darkest Dungeon. Wenngleich die grundlegende Anzahl der Fähigkeiten der Charaktere eigentlich überschaubar ist, erweisen sich die Kämpfe durch die Dynamik des Initiativsystems, die Standardaktionen mit der Überladung und die Interaktionen der Charaktere als hochgradig gelungen und unterhaltsam, was durch die erstklassige Inszenierung und die sehenswerten Animationen der Charaktere unterstützt wird. Dennoch könnten die Kampfaktionen manchmal etwas zügiger oder schneller abgespult werden, vor allem wenn man nur gegen einen Gegner kämpft und dieser hoffnungslos unterlegen ist. Vieles bei Battle Chasers Night War ist also richtig gut. Nur in Sachen Balance gibt es Verbesserungsbedarf. Neben den erwähnten drögen Kämpfen gegen unterlegene Gegner, die man zum Glück auf der Weltkarte bei größerem Stufenabstand stehen lassen kann, ist im späteren Spielverlauf mehr Grind nötig, um die Stufenlücke zu den Feinden zu schließen. Eine Gruppe mit Gegnern, die sich zwei oder drei Stufen über dem Heldentrio befindet, ist nämlich eine harte Herausforderung. Selbst wenn man alle Areale auf der Weltkarte erkundet und die Nebenquests absolviert, muss etwas Erfahrung zusätzlich gefarmt werden. Zum Beispiel können Dungeons auf einem höheren Schwierigkeitsgrad erneut besucht werden oder man kann im Gasthaus schlafen und dann Kreaturen auf der Oberwelt erneut ausschalten. Auch die Beute bzw. die Belohnungen aus den Dungeons könnten etwas üppiger ausfallen. Alles in allem versteckt sich hinter dem generischen Namen ein gelungener Dungeon-Crawler mit starken Einflüssen von klassischen Japan-Rollenspielen und einem überragenden Comic-Art-Design. Vor allem das rundenbasierte Kampfsystem ist eine Wucht. Wenn jetzt noch die Balance zwischen zu leichten und zu schweren Kämpfen sowie der Fortschritt von Beute und Erfahrung etwas besser austariert worden wäre, hätte Battle Chasers Nightwar einen Gold Award einheimsen können. So bleibt es leider leicht hinter seinen Möglichkeiten zurück. Die Zer Playminton Die Zer estamos zu zweiteren hin und doch zu leichten. Die Zer trend wird bis zum Kreaturen befestigt. Sie werden gleich mit dieser Zer in Chancen aus der Fortschritt aufrecht be audienente. Vielen Dank.